du sag mal was ist eigentlich abseits wenn du wieder nicht in die kamera schaust hallo leute da bin ich wieder euer kalle von spencer tv leute unsere orakel dame lag wieder richtig deshalb nenne ich sie jetzt auch orakel griffin sie hatte für gestern spanien und italien als sieger genannt und schwupps so kam es deshalb ich wieder hin und gefragt österreich ungarn sie wie aus der pistole geschossen und portugal island sie sofort was für eine frage portugal selbstverständlich und weg war sie hat wieder ein bisschen holz zerlegt die orakel griffin ich vermute das inspiriert sie leute morgen mehr zum spiel deutschland polen euer kalle von spencer tv und Musik